es ist gerade mal zehn minuten später und fünf von diesen zehn minuten hat es geregnet und ich weiß die regenwolke die man da vorne sieht die sieht nicht nur so aus die macht ernst und ja jetzt ist ja alles nass aber wird schon wieder wärmer es geht ziemlich schnell hier jetzt bin ich hier bei diesem ala bandera monument angekommen am strand im süden ich gucke mir den strand nur kurz an und dann gucke ich mal wo ich den tag über meine zeit vertreibt ja gut wirklichen strand gibt es hier nicht da drüben sieht es auch nicht so aus als würde es interessanter werden ja ich glaube ich gehe direkt wieder in stadt mir hat schon jeder gesagt dass hier in chitomal nicht viel zu tun ist scheint wirklich so zu sein und ja gut viel strand ist ja nicht ich glaube ich gehe wieder in die stadt ja ich glaube man sieht schon heute wird ziemlich uninteressanter tag jetzt jetzt gab einen oxo und eine kleinigkeit zum essen gekauft und das problem ist einfach dass ich heute nichts geplant hatte weil ich dachte ich sitze den ganzen tag im bus ist aber nicht jetzt erst heute abend 23 wo im bus und dann die ganze nacht so ich bin dem nächsten hostel angekommen hier jak skin in palenque und gerade eingecheckt kurz geduscht und jetzt geht es auch direkt los noch ein paar sachen angucken wir sind angekommen eine stunde mit dem kollektivo noch mal zehn minuten mit dem taxi gefahren hat jetzt insgesamt 40 pesos gekostet 50 pesos gekostet ja und jetzt hier bei agua azul neben uns rauschen schon die wasserfälle und hier so wie man es kennt stehen hier ein souvenir laden neben dem nächsten auch hier ich Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind zurück von Agua Azul, dem Wasserfall, und jetzt warten wir gerade auf ein Collectivo. Ah ja, und da kommt es auch schon. Ja, guten Morgen, Leute. Ich verlasse gerade mein Zimmer und gehe zum Aufenthaltsraum, weil wir uns noch um 9 Uhr treffen wollten. Wir wollten heute zu den Ruinen von Palenque rüber. Im Wesentlichen habe ich gestern von 8 Uhr bis heute Morgen um 8 Uhr durchgeschlafen, weil die Busfahrt, die war nicht erholsam. So, wir sind jetzt angekommen bei den Ruinen von Palenque. 20 Pesos fürs Collectivo gezahlt, 30 Pesos, um aufs Gelände zu kommen. Und nochmal 64 Pesos Eintritt für die Ruinen. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt sind wir hier. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war die Ruinenanlage Palenque. Okay, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Ausgang. Und am Ausgang gibt es nochmal dieses Museum. Da gehen wir wahrscheinlich gleich nochmal rein. Und dann haben wir alles gesehen. Dann gehen wir zum Collectivo zurück. Ja, hier Salida, Exit und das Museum. So, da sind wir wieder an der Straße. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Collectivo warten. Beziehungsweise, wir laufen kurz zum Museum rüber. Jetzt sind wir im Museum angekommen, glaube ich zumindest. Und hier ist gerade eine deutsche Tour. Und viele Leute suchen heute noch, was an dem Tag passiert ist. So, wir sind im Collectivo zurück in die Stadt. Und es sieht so aus, dass das Collectivo uns rankommen hat. Nicht wie das Collectivo. So, das war das Mittagessen. Für 20 Pesos, ein Hauptgericht. 10 Pesos, nur eine Cola obendrauf. Der Nachtisch muss auch sein. Ich habe hier so ein Stück Kuchen gewählt. Ich musste erst mal die Wespen vom Kuchenstück abkratzen. Genau, und jetzt gehen wir gerade zum Hostel zurück. Weil wir einmal unsere Badesachen holen wollen. Weil wir jetzt zu diesem anderen Wasserfall fahren wollen. Der nähere von beiden. Gestern war ich ja bei diesem eine Stunde weit entfernten Wasserfall. Dieser größere. Ja, da sind wir. Das Collectivo hat uns jetzt hier irgendwo am Highway abgesetzt. Und hier geht es jetzt zu diesem Wasserfall, zu dem wir wollen. Man läuft wohl noch ungefähr eine Viertelstunde. Und wenn wir zurück wollen, dann laufen wir wieder zu dieser Kreuzung da hinter mir. Und da warten wir dann aufs Collectivo, winken es ran und fahren wieder zurück. Und da ist er, der mächtige Wasserfall. Nein, Quatsch, da drüben, ne?